So, meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, Tagesordnungspunkt 3, 4, erste Änderungsverordnung zur Rechtsverordnung über verkaufsoffene Sonntage 2018. Der Wirtschafts- und Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss hat heute mit sechs Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen der Vorlage zugestimmt. Die Diskussion darum haben wir ja schon sehr ausführlich und tiefgründig geführt. Warum wir das jetzt nochmal bringen, das ist allgemein bekannt, war auch in den Medien richtig dargestellt. Es gab dort keine Verfälschung und würde deshalb auf eine Einbringung jetzt verzichten. Ich sei denn von Ihnen gewünscht, dass der Herr Bürgermeister Mayer nochmal vorträgt. Abstimmt, gut. Gut, wir müssen erstmal die Anwesenheit feststellen. Gibt es, ich frage nochmal, Ledebedarf ist nicht der Fall, Diskussion wird beendet. Anwesenheit. Es sind, hier fehlt jemand, zwei, drei, ach ich lasse zählen, das ist einfacher, aber zähler bitte richtig zählen. Wer der ersten Änderungsverordnung zur Rechtsverordnung im verkaufsoffene Sonntage 2018 seine Zustimmung gibt, dem bitte ich uns Handzeichen. Danke, Gegenstimmen. Danke, Enthaltungen. Danke, die Zähler bitte das Ergebnis zu Protokoll geben. Soll die CDU-Fraktion nochmal abstimmen? So, ich bitte nochmal die CDU-Fraktion, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Gut. Bitte die Zählersergebnisse zu Protokoll geben. Den Ansachsen, der Herr von��sarge, mit demounrazieren, mit dem Zähler, Kopf. Vielen Dank. Das Ergebnis 29 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 3, 5, Robert Schumann, Konservatorium, Wirtschaftsplan 2019. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Herr Dr. Finders, werte Mitglieder des Rates. Unser Konservatorium hat in den vergangenen Jahren gut gearbeitet und hat es auch vor, im Jahr 2019 zu tun. Aber wir haben eine spezielle Situation. Im nächsten Jahr benötigt unser Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 1,6 Millionen. Das sind rund 100.000 mehr als in diesem Jahr. Ursache, Tariferhöhung des öffentlichen Dienstes und durchschnittlich 3,1 Prozent sowie die Umwandlung von Honorarlehrerstellen in Festangestellte. Ausgaben, Eigenbetrieb, Erfolgsplan, Umsatzerlöse können Sie in der Vorlage nachlesen. Liquiditätsplan, wie immer auch im Folgejahr, enthält Investitionen zur Erneuerung des Bestandes an Musikinstrumenten, Ersatzbeschaffungen fürs Internat. Und dafür wollen wir auch einen städtischen Zuschuss speziell bereitstellen. Darüber hinaus bemüht sich unser Konservatorium über den Kulturraum und natürlich auch Spenden zusätzlich Mittel zu akquirieren. Insgesamt, und das wurde in der Vorbereitung im Finanzausschuss deutlich, sehen wir den Schwerpunkt zur Erzielung von Mehreinnahmen aus Entgelten, insbesondere in einer besseren Auslastung des Internats, sowie mit einer möglichen überarbeiteten Entgeltordnung ab dem Schuljahr 2021-2022. Das war auch die klare Aufgabenstellung im Finanzausschuss an die Betriebsleitung. Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 13.11. mit dem Wirtschaftsplan fürs kommende Jahr beschäftigt und die Beschlussfassung einstimmig empfohlen. Ich bitte ebenfalls um Ihre Zustimmung. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Bitte, Wortmeldung. Keine Wortmeldung, ich beende die Diskussion. Wer wünscht, dass ich die einzelnen Beschlusspunkte verlese, möchte sich jetzt zu Wort melden. Wenn es kein Mann, dann stellen wir den Wirtschaftsplan 2019 für das Robert-Schulmann-Konservatorium zur Abstimmung. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig beschlossen. Tagesordnungspunkt 3.6. Auflösung des Planungsverbandes Wohngebiet am Golfplatz. Herr Bürgermeister Mayer. Ich versuche es noch knapper zu machen. Um etwas auflösen zu können, brauchen wir jemanden, der es auflösen kann. Die Menschen, die es hätten auflösen können, wurden im Jahr 2008 nominiert. Mittlerweile gibt es eine neue Legislatur. Diese Menschen sind nicht mehr vorhanden. Der Planungsverband hat seine Arbeit nie aufnehmen können, weil es keinen Gegenstand gab. Mittlerweile gibt es aktuelle Entwicklungen, die den Planungsverband gegenstandslos machen. Und ihre Aufgabe besteht heute darin, jene Menschen zu nominieren, die sich einmal zusammenfinden, nachdem sie von ihnen bestätigt worden sind und diesen Planungsverband auflösen. Der Finanzausschuss hat sich mit dem Beschluss beschäftigt. Am 13. einstimme ich Ihnen das empfohlen. Bitte ebenfalls zum Zustimmung. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Dazu Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann schließe ich die Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt und stelle fest, dass 45 Stadträte anwesend sind, plus meine Stimmen sind 46. Stimmt das? Herr Gerisch fehlt. 47. Also 46 anwesend und meine Stimmen wären 47. Wer also der Auflösung des Planungsverbandes Wohngebiet am Golfplatz in den Beschlusspunkten 1, 2, 3 seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke, Gegenstimmen. Enthaltung damit mit 47 Ja-Stimmen, so beschlossen. Tagesordnungspunkt 3, 7 Einführung der sächsischen Ehrenamtskarte, Herr Bürgermeister Mayer. Ein zur Geschäftsordnung, Herr Müller. Der Ordnung halb, wir sind 46 gerade gewesen. Herr Becher fehlt noch. Ja, wir sind aber 48 Stadträte. Ja, und deswegen hatten wir 47 Ja-Stimmen. Meine Stimme zählt auch, Herr Müller. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Es macht vielleicht Sinn, sich mit mir zu Zahlen anzulegen, aber mit der Oberbürgermeisterin würde ich das nie tun. Frau Dr. Fintler, ich werde Mitglieder des Rates. Also man sagt ja im Volksmund, was lange wird, wird gut. Also meistens. Also wir haben uns bei dem Gegenstand mehr als ein Jahr mit dem Inhalt beschäftigt. Nun liegt Ihnen ein Beschlussvorschlag dazu vor. Ich glaube jedoch, dass weder die Initiatoren des Antrags noch wir als Verwaltung mit dem Ergebnis zufrieden sind. Unsere Erwartungen, muss man deutlich sagen, wurden nicht erfüllt. Wie auch in anderen Städten des Freistaates ist es trotz mehrfacher Anfragen, und wir haben unseren Kultursport- und Sozialen Bildungsausschuss mit zwei Bereitungsvorlagen ausführlich über die jeweiligen Entwicklungen in Kenntnis gesetzt. Leider nur in kleinem Rahmen gelungen, Kooperationspartner für die Sächsische Ehrenamtskarte zu gewinnen. Vor einigen Wochen gab das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz bekannt, dass ab dem 01.01.2019 quasi eine vierte Auflage des Programms Sächsische Ehrenamtskarte ins Leben gerufen wird. Und deshalb schlagen wir Ihnen nun vor, dass sich auch die Stadt Zwegau mit dem 01.01.2019 an dieser vierten Auflage mit diesem Programm beteiligt. Es handelt sich dabei aus unserer Sicht zumindest um eine Geste, ein Dankeschön an die vielen ehrenamtlich Engagierten, die sich in unserer Stadt und im Freistaat in ihrer Freizeit zum Wohl ihrer Mitmenschen einbringen. Wenn Sie dem Beschluss zu folgen, wird unser Bürgerservice beginnend ab dem 2. Januar nach Beantragung die Ehrenamtskarten ausstellen. Wir wollen Impulsschlagen auf den städtischen Internetseiten bereits im Dezember zum Verfahren detailliert informieren. Der Fachausschuss hat sich in mehreren Sitzungen mit dem Thema auseinandergesetzt. Zur Beschlussvorlage gab es mit sieben Jahren bei einer Gegenstimmung und einer Enthaltung mehrheitliche Zustimmung. Ich bitte ebenfalls um Zustimmung. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Gibt es dazu Wortmeldungen? Herr Otto. Ja, also ich bin sehr froh und dankbar, dass wir uns, nachdem wir den Antrag damals eingebracht hatten, jetzt mit einem doch längeren Weg, den wir da gegangen sind, jetzt so weit sind, dass wir die Ehrenamtskarte auch bei uns im Zwecke einführen. Anfänglich standen ja einige bürokratische Hürden im Weg. Das hat ja der Freistaat zum Glück aus dem Weg geräumt. Und ich habe noch eine spezielle Frage. Ich kann mich entsinnen, als wir den Antrag damals auf den Weg gebracht haben, war auch einer der Ersten, der sich das in Aussicht gestellt hat, das mit zu unterstützen, der FSV. Und der findet sich jetzt hier aber nicht mit dabei. Gibt es die Möglichkeiten noch oder haben die abgewunken? Herr Mayer. Sehr geehrter Herr Otto, ich würde zwar gern Ihr Ansinnen nochmals an den FSV übermitteln, aber ich glaube, angesichts der gegenwärtig öffentlichen Diskussionen könnte ich mir zurzeit die Arbeit ersparen. Weitere. Herr Juraschka. Also grundlegend ist es erst mal, ja, was Positives, ich komme aus dem Sport und aus der Jugendhilfe, da denkt man immer erst mal positiv, in Richtung des Landtagsabgeordneten Otto gesprochen, geht diese Ehrenamtskarte beziehungsweise die wirklichen Notwendigkeiten von Ehrenamtlichen, da gehen leider diese Vergünstigten ein bisschen dran vorbei. Beim Punkt 2, wo steht, städtische Verkehrsbetriebe, war ich schon fast ein bisschen glücklich, wo unten drunter stand, bei Sonderfahrten wird ein Nachlass in Höhe von 10 Prozent auf den Angebotspreis gewährt, war ich ernüchtert. Ich sage Ihnen mal eins, aus der Realität gesprochen, aus dem normalen ehrenamtlichen Tagesgeschäft heraus, nehmen wir mal den Bereich meiner Tafelhelfer, die haben teilweise kein Auto, haben bis gar kein Einkommen oder wenig Einkommen und für die, wie für viele Ehrenamtliche in dieser Stadt, wäre ein Nachlass oder irgendeine größere Verkünstigung im ÖPNV sehr wichtig gewesen. Weil ich muss mir nämlich das Ehrenamt, wenn ich wenig Geld zur Verfügung habe, sprichwörtlich leisten können. Und Sie müssen sich mal überlegen, was in dieser Stadt eine Monatskarte kostet. Ich glaube 52 Euro, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was die monatlich aufwenden müssen, wenn sie wenig Geld zur Verfügung haben, um ihr Ehrenamt durchzuführen. Und dann ist das, was jetzt hier steht, erstmal eine noble Geste, muss man sagen, ist erstmal ein Beginn. Aber für die ehrenamtlich tägliche Arbeit sind ganz andere Prioritäten ausschlaggebend. Nämlich, dass man dorthin kommt, wo man ehrenamtlich tätig sein möchte. Und da wäre wichtig gewesen, dass solche Leute in deutlichen, ja, deutliche Unterstützung kriegen, erst Richtung des Freistaates auch für die Kommunen, den ÖPNV kostengünstiger nutzen zu können. Das wäre wichtig gewesen. Alles andere ist eher zweitrangig. Herr Drechsel. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratsmitglieder. Es ist nun jetzt fast drei Jahre her, oder fast genau drei Jahre her, wo ich mal eine Anfrage gestartet hatte nach der Sächsischen Erdensangstkarte, die damals schon bei der Verwaltung keine besondere Gegenliebe hatte. Und umso mehr freut es mich heute, dass wir die Beschlussvorlage haben, über die wir entscheiden werden. Auch wenn es jetzt noch nicht perfekt ist und man sich vieles noch vorstellen könnte und müsste, ist es doch besser, erst einmal zu beginnen, als mit einer perfekten Lösung gar nicht. Ich finde, es ist wichtig, denn das ehrenamtliche Engagement ist ja in keiner Weise selbstverständlich. Und denn alle Engagierten bringen Zeit und keine Vergütung wird ihnen gewährt, vielleicht eine Aufwandsentschädigung. Und deshalb meine ich, dass die Beteiligung an dieser Erdenamtskarte nach der Etablierung des Sommerempfanges für erdenamtlich Tätige hier in Zwickau eben ein weiterer Baustein ist, der Würdigung und Wertschätzung für bürgerleutsches Engagement bietet. Und deshalb werbe ich auch hier um breite Zustimmung in diesem Rat. Danke. Herr Elzeck. Es ist immer wieder spannend, wie die Kollegen Dinge, die aufs Tableau gehoben werden, im Ehrenamt, dann in der Interpretation wiedergeben. Wir hörten gerade vom Herrn Otto bekannt, dass er der CDU-Eingehörig ist, dass er was vermisst bei der Ehrenamtskarte. Was mich aber noch betroffener macht, war die Ausführung des Herrn Juraschka von der SPD. Weil uns muss doch allen gegenwärtig sein, wer regiert den Freistaat, wer regiert unser Land. Und dann hörte ich soeben, wir brauchen das Ehrenamt und insbesondere die Leute, die sich dort engagieren, die Mitarbeiter der Tafel. Ich sage, pfui, schämt euch, dass wir überhaupt über sowas diskutieren müssen. Schreibt euren Landtags- und Bundestagsabgeordneten, dass sowas überhaupt gar nicht aufs Tableau kommen müsste. Weil dann müssten wir, ob das jetzt viel oder wenig ist, gar nicht drüber sprechen. Selbstverständlich wird unsere Fraktion dem Antrag heute zustimmen. Aber bitte vergessen Sie nicht, die, die das verursacht haben, insbesondere die Tafeln, bei ihren kommenden Entscheidungen. Dankeschön. Herr Bühl. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will mich beim Herrn Juraschka bedanken, er ist wirklich auf den Punkt gekommen, was auch ich von so einer Ehrenamtskarte erwartet habe. Leider ist das hier nicht umsetzbar. Deswegen haben wir als Fraktion ja auch den Antrag gestellt mit dem Sozialticket. Aber meine eigentliche Frage, weil der Herr Otto hat ja jetzt so darauf hingewiesen, dass die CDU im Landtag hier darauf hingearbeitet hat, dass es diese Ehrenamtskarte gibt. Nun stelle ich mir die Frage, was leistet denn das Land Sachsen hier bei dieser Ehrenamtskarte? Weil das, was ich hier lese, da leisten nur die Anbieter, die hier aufgezeigt sind. Also welchen Anteil bringt jetzt die Landesregierung Sachsen zu dieser Ehrenamtskarte? Herr Bürgermeister, bitte. Die Sächsische Ehrenamtskarte beinhaltet Regelungen für Einrichtungen, staatlichen Einrichtungen des Freistaates. Die sind hier nicht benannt. Die Maßnahmen, die hier benannt sind, gehen ausschließlich entweder zulasten, in Anführungsstrichen, der Kommune oder derjenigen, die sich hier angeboten haben. Also zu den Dingen gibt es keinen finanziellen Beitrag vom Freistaat zusätzlich. In der Vergangenheit, ich weiß jetzt nicht, was der Freistaat aktuell anbietet, aber haben wir auch als Stadt Zwickau gesagt, dass es für uns erstmal nichts bringt, die Ehrenamtskarte des Freistaates einzuführen. Erstmal wäre es ein enormer Verwaltungsaufgang gewesen. Und zweitens mal sind die Einrichtungen des Freistaates, wo Nachlass gegeben wird, weit weg von Zwickau. Aber was dort zum Inhalt hat, ich weiß nicht, Herr Otto, haben Sie es jetzt drauf, was alles ist? Es steht im Internet, kann also jeder nachlesen. Frau Arndt. Also warum Menschen sich ehrenamtlich engagieren, hat ja nicht immer nur was mit der jeweiligen sozialen Situation oder finanziellen Situation zu tun, sondern entsteht oft aus der Motivation heraus, etwas für die Gemeinschaft zu tun, weil man selber davon profitiert und dann selber in Gemeinschaft ist oder sich damit eben wohlfühlt, um sich um andere Menschen zu kümmern. Und Ehrenamt findet nicht nur in der Tafel statt, Gott sei Dank dort sicherlich auch, aber Ehrenamt findet auch statt für Kinder, für Behinderte, für Tiere, für das Ausleben künstlerischer Interessen, wie auch immer. Insofern ist das, glaube ich, hier jetzt nicht eine Diskussion über die Ausstattung von sozialen Leistungen, sondern das ist eine Frage dessen, wie man Menschen würdigt, die ihre Freizeit dafür einsetzen, andere Projekte, Menschen zu unterstützen. Insofern möchte ich die Ausführungen von Herrn Itzek dort zurückweisen und das gar nicht aus hochkommen lassen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob hier irgendwo in irgendwelchen Gremien Entscheidungen anders getroffen werden können. Herr Dr. Schick. Kriegen die Ehrenamtler dann außer der goldenen Karte auch dann die Übersetzung mit, dass die dann auch wissen, wozu sie berechtigt sind, damit dann nicht Peinlichkeiten entstehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt jemand tatsächlich mit der Karte ins Museum geht und wenn ich das so richtig lese, wenn da zufällig gerade eine Ausstellung läuft, kriegt er dann gesagt, die gilt zumindest heute nicht oder die gilt hier nicht. Das wäre natürlich für den Ehrenamtler nicht gerade motivierend, wenn die dann noch in dem Glauben, dass sie dort reinkommen, abgewiesen haben. Also die wissen dann auch sicher, wo sie von den wenigen Angeboten überhaupt auch hingehen können. Wir bemühen uns. Und es muss auch richtig gestellt werden, was zum Beispiel in der Presse veröffentlicht war, dass es 10 Prozent Ermäßigung beim ÖPNV gibt. Das ist nämlich 10 Prozent nur bei der Sonderfahrt. Weitere, Herr Elzeck. Frau Arndt, nur um das kurz klarzustellen, ich wollte das nicht im Raum stehen lassen. Wie Sie ja wissen, bin ich seit 1993 hier in Zwickau im Ehrenamt. Und wie Sie, wenn Sie richtig zugehört haben, habe ich mich auf die Redebeiträge bezogen und möchte das, was Sie dann angeführt haben, nicht in Abrede stellen. Aber konnte ich jetzt Ihre Rede entnehmen, dass Sie sehr dafür sind und dass Ihnen das gefällt, das wir dafür haben? Ich denke, sie hat sich dazu geäußert, Frau Arndt. Des Weiteren möchte ich hinzufügen, dass diese Ehrenamtskarte mit der Ausstattung jetzt sicherlich nur ein Anfang ist. Das ist schon enttäuschend, was dort für Rücklaufquoten kommen. Und möchte hier auch in den Ring werfen, dass das für jeden, auch für Unternehmen, in privater Hand eine Möglichkeit ist, sich dort einzubringen. Und man sollte das schon propagieren und fördern. Vielleicht gewinnt man mit der Handhabung in Zukunft noch mehr, die sich dort einbringen. Und ich glaube, wenn wir das auch unterstützen, dann können wir vielleicht den einen oder anderen motivieren, sich dort vielleicht einen Ruck zu geben und beispielsweise eine Monatskarte wenigstens zu einem ermäßigten Preis für einen Ehrenamtler zukommen zu lassen, wird jetzt die Verkehrsbetriebe nicht in wirtschaftliche Nöte stoßen. Naja, aber Frau Arndt, das ist eine Ehrlichkeit, gehört schon dazu, ne? Das können Sie gerne beschließen, aber da müssen Sie auch den Zuschuss an SVZ beschließen. Das kommt hier wieder so rüber, als da müssen die sich mal bewegen und da müssen die was machen. Nein, das ist alles Geld der Stadt. Ja, und die Ehrenamtler, wir haben bestimmt 10.000 in SVK, 10.000 bestimmt. Das geht von Ehrenamt mal einmal im Jahr bis zu Ehrenamt jeden Tag. Und die meisten, die aktiv sind, die erwarten wirklich, und das ist aber nicht leistbar. Und das wäre das, was auch das Beste wäre, das wäre, dass Sie einen kostenlosen, ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen, einen kostenlosen ÖPNV hätten. Aber da müssen wir uns da ehrlich ins Gesicht gucken, das können wir als Stadt nicht leisten, weil wir müssen es, also wir, unser Haushalt müssen es leisten. Und das können Sie beschließen, wie immer, wie wir immer schön sagen, der Stadtrat hat die Hoheit über den Haushalt, aber dann können wir viele, viele andere Dinge, unsere vorhergehende Diskussion, dann können wir das Theater schließen. Das wollte ich jetzt nur noch mal richtigstellen, das steht so im Raum, ja, ÖPNV, die SVZ könnte doch, ja, die könnte schon, aber nur, wenn wir es bezahlen. Ich weiß schon, ich sehe es mal. Frau Brückner. Ich bin ganz froh, dass die Frau Arndt hier was reingeworfen hat, und da bin ich sicher, dass Sie unseren Vorschlag zum Sozialticket, weil das ja auch beinhaltet, dass Leute, die wenig Einkommen haben und soziale Arbeit leisten oder irgendwo im Ehrenamt sind, dass die natürlich dann unterstützt werden. Und da freue ich mich schon, wenn die Frau Arndt der Sache zustimmen wird. Wenn Sie im Ehrenamt sind, natürlich. Und wenig Einkommen haben. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr und ich denke, die unterschiedlichen Positionen sind sichtbar geworden. Ich stelle die Vorlage zur Abstimmung in den Beschlusspunkten 1, 2, 3, die jetzt nicht mehr von mir verlesen werden. Das, was von der Stadt Zwickau, also von Einrichtungen in der Stadt Zwickau angeboten wird, wird dann auf einem Hinweisblatt dann auch mitgeteilt, kann auch abgerufen werden übers Internet. Auch das, was der Freistaat zur Verfügung stellt im Rahmen der Ehrenamtskarte. Also wer dem jetzt seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist das einstimmig so beschlossen. Tagesordnungspunkt 3, 8. Beschluss über den geänderten Entwurf 2. Ausregung, Bebauungsplan 029, Zwickau-Eckersbach. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Stadträte, dass die Stadt Zwickau im Bereich Trillerstraße-Finkenweg ein relativ großes neues Baugebiet mit Mehrfamilien wohnen, aber auch bis zu 30 Eigenheimen auf den Weg bringen will, haben Sie bereits angestoßen und beschlossen. Wir sind mitten im Bebauungsplanverfahren. Die Vorlage heute möchte fortsetzen mit einer sogenannten zweiten Auslegung. Sie können es genau in der Begründung Ihrer Vorlage nachvollziehen, dass durch die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange innerhalb der ersten Auslegung abwägungsrelevante Sachverhalte dokumentiert wurden und aufgetreten sind, die eine zweite Auslegung erfordern. Diese Punkte beziehen sich vorrangig auf die Bereiche des Umweltberichts, Entwässerungskonzeption etc. Sie sind aufgeführt. Ich bitte Sie, dass wir dieses Bebauungsplanverfahren fortsetzen können. Das Fortsetzen würde jetzt heißen, in die zweite Auslegung zu gehen. Und ich möchte es auch hier sagen, wie immer bei diesem Schritt, wir werden für die Zwickauer veröffentlichen, Impulsschlag, wann die zweite Auslegung stattfinden wird im Stadtplanungsamt. Und dort können zu diesen abwägungsrelevanten Punkten erneut Einwendungen vorgebracht werden. Vielen Dank. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine Wortmeldungen. So stelle ich jetzt fest, dass 46 Stadträte im Raum sind und die Oberbürgermeisterin mit Stimmrecht, also 47 mögliche Stimmen. Wer dieser Vorlage seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Keine? Damit mit 47 Ja-Stimmen beschlossen. Tagesordnungspunkt 3.9. Vorhabensbeschluss 1. Sanierungsabschnitt Stadtteilzentrum Kainstor. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, verehrte Stadträte, gelegentlich hört man die Bezeichnung Prestigeobjekt. Manche auch mit der leichensuffisanten Note versehen das Stadtteilzentrum am Rande der Stadt, wobei der Gegensatz zwischen Zentrum und Stadtrand, wie jetzt hier auch teilweise mit einem Lachen, wenn es noch gut geht, herausgearbeitet wird. Für das zuständige Hochbau- und Liegenschaftsamt hat die Gemeindeverwaltung Kainsdorf seit ca. 2014 aus rein objektiven Gründen eine Rolle gespielt. Wir waren nämlich aufgefordert, uns ernsthaft Gedanken zu machen, wie kann das weitergehen, wo kann die Gemeindeverwaltung Kainsdorf künftig untergebracht werden. Denn die Zustände in der Lindenstraße 1a kennen Sie. Von Barrierefreiheit keine Spur. So wie geheizt wird, geht die wärme Luft nach außen. Der Keller ist feucht. Schwamm und Nässe herrschen im Gebäude vor. Dass wir uns mit dieser Frage befassen müssen und sie nicht ausklammern können, steht letztlich auch damit im Zusammenhang, dass sich der Stadtrat der Stadt Zwickau nach wie vor mehrheitlich zur Beibehaltung der Ortschaftsräte bekennt. Wir waren bei zwei Vorlagen vorher bei der Bedeutung des Ehrenamtes. Auch hier hat dies in der Folge eine große Rolle gespielt, denn begleitend zu den Überlegungen, wo kann die Gemeindeverwaltung Unterkunft finden, hat sich durch ehrenamtliches Engagement durch die Vereine, durch den Ortschaftsrat die Gedankenwelt, würde ich so sagen, weiterentwickelt. Und man ist zum Turnerheim gekommen unter der Überschrift des Stadtteilzentrums, in dem Vereine Platz finden können, die Gemeindeverwaltung und das Turnerheim, war mit der Idee versehen, Stadtteilzentrum von Kainsdorf zu werden. Die Entwicklung der kommunalpolitischen Streit, die Auseinandersetzung, hat sich fortgesetzt bis zur Vorlage, die heute zur Beschlussfassung ansteht, Vorhabensbeschluss erster Sanierungsabschnitt Kainsdorf. Diese Vorlage stand der Zuständigkeit nach am 1.10. auf der Tagesordnung des Bau- und Verkehrsausschusses. Ohne inhaltliche Befassung wurde sie in die heutige Stadtratssitzung verwiesen. Obwohl im Bau- und Verkehrsausschuss keine inhaltliche Diskussion stattgefunden hat, sind mir von Stadträten, aber auch aus der Sitzung des Ortschaftsrates Kainsdorf vom 20.11. einige Fragen und Themenkomplexe bekannt, auf die ich vorab eingehen möchte. Es gibt die Frage, warum weist der Vorhabensbeschluss eine Summe von 1,3 Millionen aus, wenn mit dem Haushalt 2018 der Vorhabensbeschluss eine Summe von 1,3 Millionen aus, wenn im Haushalt 2018 1,2 Millionen beschlossen wurden. Hierauf gibt Ihre Vorlage eine Antwort. Ca. 130.000 Euro sind an Planungskosten für die Leistungsphase 1 bis 3 im Jahr 2016 bis 2017 entstanden, die nichts zu tun haben mit den Haushaltsmitteln, die mit dem Haushalt 2018 hier in Rede standen. Zur Ausgabe dieser Planungskosten in 2016 und 2017 war die Stadtverwaltung legitimiert. Die Objektplanung und die beiden Fachplanungen wurden über den Bau- und Verkehrsausschuss beschlossen. Ich habe die Frage gehört, was wurde vom Inkrafttreten des Haushaltes im Februar 2018 bis zum Oktober 2018 gemacht, was wurde erreicht, wie war es, dass diese Zeit verstrichen ist. Wir hatten eine Planung, eine Objektplanung bis Leistungsphase 3 mit den abgestimmten Fachplanungen vorliegen in 2017, die eine Summe von 1,8 Millionen auswies. Wir haben als Stadtverwaltung die deutliche Absage erteilen müssen, dieses Projekt mit dieser Summe nicht weiterführen zu können. Durch den Haushaltsbeschluss 2018, 1,2 Millionen, war in den Monaten bis zum Oktober eindeutig die Aufgabenstellung, eine Planungsreduzierung anzustrengen, etwas Sinnvolles, Abgeschlossenes, Verwendungsfähiges aus 1,2 Millionen darzustellen. Dieser Aufgabe hat sich unsere Fachplaner in Abstimmung mit dem Objektplaner gestellt. Und so lagen uns die Ergebnisse im Hochbauamt circa am September vor. Und wir haben für Oktober 2018 die Vorlage vorbereitet. Ein nächster Themenkreis, der immer wieder auftaucht seit den letzten Wochen, sind es wirklich nachhaltige Maßnahmen. Was wird gemacht? Macht ihr was doppelt? Wird Geld zum Fenster hinausgeworfen? In der Vorlage ist aufgeführt, dass wir uns mit dem Vorhabensbeschluss auf das Kellergeschoss und auf Teile, sage ich ausdrücklich, auf Teile des Erdgeschosses beziehen. Im Erdgeschoss soll neu untergebracht werden und das war Priorität von der Stadtverwaltung, der Ortschaftsrat. Es sind konkret zwei Räume für den Ortsvorstand vorgesehen, zwei Vereins- und Kombiräume, eine Küche. Die beiden Säle, die Sie jetzt kennen, werden nicht angetastet. Dort wird lediglich die Elektroanlage erneuert. Und was immer erneuerungswürdig ist, das merken wir in allen öffentlichen Gebäuden, sind die sanitären Anlagen. Was im Kellergeschoss gemacht werden kann, ist in der Vorlage ausgeführt. Hier sind es vor allen Dingen die Grundleitungen, die viel Geld in Anspruch nehmen, die in Ordnung gebracht werden müssen. Ein weiterer Fragenkomplex ist schon die Bezeichnung der Vorlage. Vorhabensbeschluss erster Sanierungsabschnitt Stadtteilzentrum Kainsdorf. Daraus wird abgeleitet werden, aus 1,3 Millionen 5 Millionen gibt es, wird es eigenmächtiges Handeln des Baudezernates geben, um die weiteren Sanierungsschritte auszulösen. Hier möchte ich ganz objektiv auf die Zuständigkeiten natürlich in der Verwaltung hinweisen. Sie wissen, dass ich so etwas nicht eigenständig auslösen kann. Ich habe Ihnen auch dargelegt, dass ich unabhängig von jedweder Empfehlung eines Objektplaners deutlich die Aufgabe nach dem Haushaltsbeschluss gestellt habe. Wir machen das und schlagen Sie uns bitte das vor, was sinnvoll mit 1,2 Millionen umzusetzen ist. Unter der Voraussetzung auch, es geht nicht weiter. Es ist niemand, wir haben nicht in Aussicht gestellt, Jahresscheiben etwa uns vorzuschlagen. Das war nicht die Aufgabenstellung, die unser Planer bis September 2018 gelöst hat. Ich möchte die Vorlage abschließend in Ihre Kommunalpolitik einordnen, abweichend von den jungen Architekten, die Architektengruppe 2050, die sich zum Beispiel für eine Stadtentwicklung in Zwiebelscheiben aussprechen. Das Bild ist Ihnen nicht neu. Also wir gehen von innen nach außen mit Funktionen und Entwicklung unserer Stadt. Ist es hier durch Ihre Beschlüsse ganz klar zum Ausdruck gekommen, dass die Kommunalpolitik in Zwickau in den letzten Jahren von einer Gleichrangigkeit ausgeht, das ist auch durch Beschlüsse ihrerseits untermauert worden. Ich erinnere an die Straßenbaumaßnahmen, die trotz beschränkter Mittel für die Gesamtstadt genauso in unseren Ortsteilen Oberrothenbach-Krossen zum Beispiel umgesetzt wurden. Und ich bitte Sie, das jetzt auch in dieser kommunalpolitischen Entscheidung so zu sehen, dass zurückliegend von der Mehrheit des Stadtrates immer zum Ausdruck kam, unsere Ortsteile sind uns genauso wichtig wie die Stadtverwaltung und die Stadt Zwickau an sich. Der Ortschaftsrat Kainsdorf hat in seiner Sitzung am 20.11. einstimmig hierzu eine Beschlussempfehlung abgegeben. Und ich bitte Sie, den Vorhabensbeschluss, die Zustimmung zu erteilen und in der Ableitung aus dem Haushaltsbeschluss 2018 die Fortführung, so wie ich es eben beschrieben habe, auf den Weg zu bringen. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Herr Dr. Böttger. Frau Dr. Finteis, werte Kolleginnen und Kollegen, das Turnerheim Kainsdorf soll ein kulturelles und sportliches Zentrum werden. Und das, obwohl es am Rande der Stadt liegt, wie Frau Bürgermeisterin Köhler eben sagte. Aber gerade diese Randlage hat etwas sehr Faszinierendes. Alle Sport- und kunstkulturellen Vereine, überhaupt alle Vereine in Kainsdorf werden dieses Heim annehmen, darüber noch einige Planitzer-Vereine, Sportvereine, glaube ich. Und darunter ist auch der legendäre Kainitzer-Kainsdorfer-Schnitz-Verein, der bereits dort arbeitet. Dazu gehört der Computer-Verein, der Kaninchen-Züchter-Verein, der Seniorentreff. Seniorentreff ist zurzeit noch im Alten Rathaus, wo auch der Ortsvorsteher, ich sehe ihn gerade, er sitzt, ist anwesend, und der Ortschaftsrat sitzt. Die sollen auch umziehen. Ich habe mich in der Ortschaftsratssitzung dafür ausgesprochen, dass sie nicht als Letzte umziehen, sondern bald, sobald es möglich ist. Denn das alte Rathaus in Kainsdorf ist nun nicht mehr sehr ansehnlich. Das hat die Frau Bürgermeisterin auch schon gesagt, das will ich nicht wiederholen. Und dem Seniorentreff, der dort auch sich versammelt, geht es ähnlich. Es sind durch die Randlage bedingt auch schon Willkauer und Kulitscher und Ebersbrunner dort gesehen worden. Also dieses Zentrum wird eine Ausstrahlungskraft haben. Ein einziger Wehrmutz troffen ist, dass es für diesen ersten Bauabschnitt noch keine Fördermittel gibt. Die Gründe dafür hat wohl nicht die Stadt zu vertreten. Es sind verschiedene Bedingungen. Die wir schlecht beeinflussen können. Aber ich glaube doch ganz fest, dass es beim zweiten Bauabschnitt gelingen wird, Fördermittel einzuwerben. Und ich werbe zur Zustimmung. Nicht nur, weil ich Kainsdorfer bin, aber ich gestehe das gerne. Ich liebe meinen Stadtteil. Der Stadtteil Kainsdorf hat seit seiner Eingemeindung 1999 nicht viel von der Stadt bekommen. Außer, dass ein paar Straßen saniert wurden. Aber das ist eine Pflichtaufgabe. Das machen wir überall. Und die Straße, in der ich wohne, die hat es auch nötig. Aber sonst hat der Stadtteil Kainsdorf nun nichts zu sehr viel bekommen. Und es sollte mal auch in einer Randlage ein schönes Zentrum entstehen. Und das wird also auch langsam mal Zeit, dass sich die Stadt Zwickau zu ihren Ortsteilen bekennt. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen. Herr Rühl. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich mache das nicht ganz so emotional. Ich versuche es mal ein bisschen aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu betrachten. Wir haben am 21.12.2017 folgenden Beschluss gefasst. Der Stadtrat beschließt auf der Grundlage der Bau- und Kostenplanung vom September 2017 die Aufnahme von 400.000 Euro im Finanzhaushalt des Planjahres 2018 für die Rekonstruktion, den Umbau und die Sanierung des Turnersheims im Ortsteil Kainsdorf der Stadt Zwickau. Punkt zwei. Der Stadtrat beschließt auf der Grundlage der Bau- und Kostenplanung vom September 2017 die Aufnahme von jeweils 400.000 Euro im Finanzhaushalt für die Planjahre 2019 und 2020 für die Rekonstruktion, den Umbau und der Sanierung des Turnerheims in Kainsdorf. Und das Ganze ohne Fördermittel. Deswegen hatten wir damals schon unsere Bauschmerzen. Jetzt bekommen wir eine Vorlage, die da heißt Vorhabensbeschluss erster Sanierungsabschnitt Stadtteilzentrum Kainsdorf-Wilkauer Straße 56 und so weiter. Mit einer Kostenhöhe von 1,33 Millionen. Also ich sage mal, über die 130.000 hätten wir ja gar nicht reden brauchen. Das ist in der Baubranche normal, dass die Kosten gesteigert werden. Aber was nicht sein kann, dass wir voriges Jahr hier beschließen, wir sanieren das Turnerheim für 1,2 Millionen. Und jetzt heißt es auf einmal, mit 1,3 Millionen machen wir jetzt nur einen ersten Bauabschnitt. Und es gibt keinerlei Aussagen dazu, was denn die weiteren Bauabschnitte kosten werden. Und wir wissen alle, wenn wir einmal angefangen haben, so etwas zu bauen, dann kann sich gar keiner mehr dagegenstellen, wenn es dann heißt, der zweite Bauabschnitt kostet nochmal eine Million. Und davor möchte ich warnen, dass wir hier aus diesen 1,3 Millionen dann im Endeffekt vielleicht 3 oder 3,5 Millionen machen, ohne Fördermittel. Des Weiteren gibt es bis heute nach meinem Kenntnisstand keinen Plan, wie viele Vereine denn wirklich in das Turnerheim gehen. Hier in der Vorlage steht drin, zahlreiche Interessensbekundungen. Über wie viel konkret reden wir denn? Es gibt keinen Plan, wie viel Personal wird denn für die Betreuung dieses Gebäudes benötigt. Es gibt auch keinen Plan, von wem denn die laufenden Kosten getragen werden sollen. Strom, Heizung, Wasser etc. Es gibt dort keine, also zumindest kenne ich nicht, vielleicht kennt jemand anders dort einen Plan, was uns der Spaß im Endeffekt noch kosten wird. Der Ortschaftsrat Kainsdorf, der ja hier der Initiator dieser ganzen Angelegenheit ist, hatte ja jetzt wieder ein Jahr Zeit, dort mal einen vernünftigen Plan aufzustellen. Also leider ist bis jetzt nichts Verwertbares zu sehen. Deswegen haben wir in der letzten Fraktionssitzung beschlossen, dass die Fraktion Die Linke diese Vorlage ablehnt. Und noch eine kleine Bemerkung, sollte heute diese Vorlage so beschlossen werden, müssen wir uns natürlich auch zeitnah damit beschäftigen, wo in den anderen Stadtteilen der Stadt Zweigau die Stadtteilzentren gebaut werden. Danke. Herr Dr. Schick. Herr Dr. Schick. Genau, weil das erwartet worden ist, dass Sie jetzt wieder mal in Frage stellen und es schon mehrfach in Frage gestellt worden ist, wird natürlich auch die, die es mal nützen wollen, nicht so unbedingt motivieren. Die brauchen endlich mal verlässliche Zusagen von der Stadt. Und wie es so schön ist, der Appetit kommt beim Essen, wenn es dann einmal angefangen ist. Dort sind so viele Ehrenamtliche, die dort mitmachen. Denen werden auch genügend Ideen kommen. Da wird es auch genügend Interessen geben, was dort alles gemacht werden kann, wenn man auch sieht, was dort wird. Das ist das eine. Aber es muss doch irgendwann mal eine verlässliche Aussage kommen. Es gibt genügend Beschlüsse dazu, die wir gefasst haben. Und diese Vorlage hier ist doch nur ein Folgebeschluss, der nicht dazu führen darf, dass man es wieder in Frage stellt. Glaubhaft machen wir uns da nicht davon. Dann die Vorlaufkosten sind eindeutig gesorgt worden. Die sind deshalb nicht bei den 1,2 Millionen, weil sie halt schon ausgegeben sind. Die brauchen wir nicht noch mal. Auch das ist erklärt worden. Ich weiß ja nicht, wo ich Sie eine Kostensteigerung gesehen haben. Die waren halt schon ausgegeben als Vorlaufkosten und waren folglich in den Folgekosten, die wir im Haushalt haben, nicht mehr mit drin. Also bis jetzt sehe ich noch keine Kostensteigerung. Und ich würde sagen, wir haben uns demnächst noch mehr mit Kainsdorf beschäftigt. Und das ist ja nicht bloß das Vereinsheim, dass dort mal ein Zentrum errichtet wird, wo sich viele dort auch treffen können. Das ist die ganze Verkehrsdurch- und Erreichbarkeit. Da gehört dann auch mal die Kainsdorfer Brücke dazu, wo wir uns unterhalten müssen. Es wird also vieles notwendig sein, um diesen Stadtteil, der zur Stadt Zwickau gehört, mit zu unterstützen. Und die Ehrenamtskarte für uns war die Diskussion, wir brauchen Leute, die ehrenamtlich tätig sind, die nicht vorrangig gucken, was sie als Gegenleistung kriegen, sondern die freuen, dass sie ehrenamtlich tätig sein können, die Erfüllung in ihrem Ehrenamt sehen. Und denen muss man halt auch Voraussetzungen geben, dass das machbar ist. Die Schnitzer sind genannt worden, alles andere auch. Jeder, der die Schnitzer kennt in Kainsdorfer weiß, dass sie Weihnachtsherr viele hinpilgern, sich das auch mal angucken, was da geleistet wird. Viele Jugendliche werden nachgezogen. Es gibt sinnvolle Beschäftigungen. Also ich würde sagen, man sollte es nicht immer wieder in Frage stellen. Und wenn man eine klare Linie fährt und sagt, das machen wir dort, das beginnen wir dort. Ich halte die Bezeichnung vielleicht ein bisschen unglücklich. Vielleicht ist auch gemeint, dass der zweite Baumschnitt mal dann Außenanlagen sind, die man zwingend nicht gleich am Anfang braucht. Aber zumindest muss erst mal das Gebäude, der Korpus stehen, dass man bei Wind und Wetter dort die Vereinsarbeit pflegen kann. Also ich würde sagen, auf und zustimm zur Vorlage. Herr Itzek. Ich kann den Herrn Dr. Bettger verstehen, dass er für seinen Stadtteil brennt. Ich würde das genauso tun. Ich kann auch den Herrn Wöhl seine Begründung nachvollziehen, weil er hat nichts anderes sachlich ausgeführt, als das, was beantragt und Beschlusslage war. Nämlich, das Turnerheim wird saniert für 1,2 Millionen. Es hat einen mehrheitlichen Beschluss dazu gegeben. Wir haben das nicht in Gänze geteilt, das ist Ihnen bekannt. Aus dem Grund heraus, dass keine Fördermittel dort uns zur Verfügung stehen. Woher der Herr Böttger natürlich jetzt die weise Voraussicht nimmt, dass zu einem eventuell zweiten Bauabschnitt das anders sein wird, dann müsste man ihn ja auch fragen, wenn Sie die weise Voraussicht haben, dann lassen Sie uns doch warten und lassen Sie uns den ersten und zweiten dann zusammentun, wenn die Fördermittel zur Verfügung stehen. Herr Dr. Schick, die Außenanlagen später machen, ist ein probates Mittel, kann man tun, aber in der Vorlage der Begründung steht, dazu müssen in einem späteren Sanierungsabschnitt die restlichen Teile des Erdgeschosses, das Obergeschoss sowie die Außenanlagen saniert werden. Das ist mehr als eineindeutig und ich kann der Vorlage im Moment noch nicht entnehmen, wie denn das geschehen soll. Deswegen hätte ich jetzt eine Frage an unsere Finanzverwaltung, ob unser städtischer Haushalt, und wir haben demnächst die Planung, wir wissen alle, wir sprechen in Zukunft über einen Doppelhaushalt, jetzt nehmen wir mal eine fiktive Zahl, 500 bis eine Million Euro in unserem Haushalt an Eigenmitteln ohne Fördermöglichkeiten, weil es diese Kulisse im Moment nicht gibt, wir zur Verfügung hätten. Und wenn wir sie zur Verfügung haben, was müssen wir denn aus dem Haushalt rausstreichen, um das dann fertig bauen zu können? Das wäre meine Frage dazu. Wenn mir das heute einer schlüssig beantworten kann, würde ich auch gern zustimmen. Ansonsten wird die Fraktion der Alternative für Deutschland dem nicht zustimmen können, weil sie wissen, wir sind gern für Dinge, die zum Schluss auch rund sind und machbar sind und umsetzbar sind. Also nochmal meine Frage an die Finanzverwaltung. Wie sieht es aus mit den Mitteln für einen eventuellen Bauabschnitt, wo wir noch nicht genau wissen, was es eventuell kosten könnte, in der Größenordnung zwischen 500 bis 1 Million. Danke. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Wir haben, das können Sie dem Entwurf, des Doppelhaushaltes für 19 und 20 entnehmen. Auch in der mittelprächtlichen Planung für die nächsten drei Jahre keinerlei Mittel für einen zweiten, dritten oder vierten Bauabschnitt, egal in welcher Größenordnung, gegenwärtig vorgesehen. Wer uns die Zahlen fehlen, das muss ich einfach mal sagen, und auf Ihre Annahme, angenommen, es wäre Geld da, ich kann immer noch sagen, es ist immer Geld da. Die Frage ist immer noch, wofür Sie sich entscheiden, dass Geld eingesetzt wird. Wir haben natürlich angesichts der gegenwärtigen Situation, die Sie alle kennen, dass wir in den nächsten Jahren auch nicht mit ausgeglichenen Haushalten fahren, dass uns sogar teilweise in Größenordnung Mittel fehlen. natürlich standen die Konsequenz und das oblege Ihrer Entscheidung, Ihrer Entscheidung, wenn man das wünscht, wenn es verlässliche Zahlen gäbe, an der Stelle dann zu sagen, auf welche Maßnahmen im investiven Bereich man verzichten würde. Und die Annahme oder die Aussage, das auch noch mal zu präzisieren, wir haben uns das Wissen in einer Menge Mitglieder von Ihnen ja bemüht, indem, wie es jetzt neu heißt, ersten Bauabschnitt eines Stadtteilzentrums Viertelmittel zu akquirieren, das ist uns nicht gelungen. Und das wird uns auch in Zukunft nicht gelingen. Da teile ich den Optimismus von Herrn Dr. Böttcher nicht. Herr Prof. Drexler. Ja, ich wollte um, ich habe mich schon lange. Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Frau Köhler, liebe Herr Meier, heute ist viel über Kultur und über Knappheit in den Reden gesprochen worden. Dante hat einmal gesagt, sprich, doch bleibe kurz und präzise. Ich will das versuchen. Gleichwohl ich in der Sache natürlich sehr emotional verhaftet bin und Sie nehmen es mir sicherlich auch nicht übel, dass ich an manchen Stellen einen Quervermerk auf das, was gesagt worden ist und das, was vor uns steht, nicht ausgrenzen kann. Ich stehe heute also wieder vor Ihnen und möchte Sie zum wiederholten Mal sehr darum bitten, die Entwicklung des Stadtteils Kainsdorf unserer Stadt positiv zu begleiten. Und wenn es geht, über Parteivorbehalte und Parteigrenzen hinweg eine, und ich sage das ganz bewusst, für die Region zukunftstragende Lösung zu unterstützen. Über 2200 Bürgerinnen und Bürger schauen heute erneut auf Sie und Ihre Entscheidungen. Ich glaube, liebe Damen und Herren des Stadtrates, die Menschen in Kainsdorf insbesondere, und das will ich deutlich sagen, die jungen Menschen haben es verdient, dass wir uns um sie kümmern. Und sehr geehrter Herr Wöhl, das sind eben ökonomische Facts, die eine Seite. Es gibt aber noch mehr. Und Sie haben heute an vielen Stellen ökonomisch etwas getan, was möglicherweise nicht zu 100 Prozent durchfinanziert, zu 100 Prozent im Effekt und in der Wirksamkeit heute schon deutlich ist. Aber Sie haben es getan, aus einer Verantwortung heraus für diejenigen, für die wir gewählt worden sind. Meine Damen und Herren Stadträte, ich war am Freitag vergangener Woche nach Dresden in die Dreikönigskirche eingeladen, um den Auftakt eines neuen Gesprächsformats miterleben zu können, das die sächsische Koalitionsregierung gemeinsam ins Leben gerufen hat. Unter dem Motto Miteinander reden, Bürgerwerkstatt wurden parteiübergreifend und von mehr als 25 gemeinwesenorientierten Vereinen, Verbänden, Interessengruppen, von den Gewerkschaften bis hin zur Diakonie, von den Jugendvertretungen bis hin zu den Seniorenvertretungen einhellig und im Brustton der Überzeugung zwei Erkenntnisse uns nahegebracht. Zuhören und gesunder Menschenverstand in der Politik sind angesagter denn je. Und ein zweites, und das passt heute wie die berühmte Faust ins Auge. Die Vereins- und die Verbandsdichte ist ein wesentliches und wertvolles Gut. Und wir sollten uns sehr dieser Defizite, die wir unstreitig haben, und auch heute sind an vielen Stellen die Fakten genannt worden, wir sollten uns sehr dieser Vereinsdichte und dieser Vereins- und dieser Verbandsdichte annehmen. Die fragil gewordene Demokratie verlangt das von uns. Beides, also die Fähigkeit zum Zuhören und die Zuwendung zu den Vereinen und Verbänden haben so Unisono, die Unisono, der vorgetragenen Tenor an diesem Abend in den letzten Jahren gelitten. Und wir wären sehr, sehr politisch kurzsichtig, wenn wir das nicht ein Stück weit zur Kenntnis nehmen. Nun werden Sie sicherlich fragen, wo steht diese Botschaft aus Dresden im Zusammenhang mit dieser Beschlussvorlage 183 aus 18? Auch uns, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, trifft es in dieser Frage zentral. Und vielleicht, er will, kann ich an dieser Stelle auch Ihre Frage ein Stück weit zumindest ansatzweise mit beantworten. Wir haben schmerzhaft zu verzeichnen, dass die Rahmenbedingungen für die Vereins- und für die Verbandsarbeit in diesem Teil unserer Stadt mehr als schwierig, um das ganz vorsichtig auszudrücken und in Einzelfällen auch kaum noch zumutbar ist. Da musste der Schnitzverein seine Räume verlassen. Er wurde sozusagen vom Eigentümer dieser Räumlichkeit auf die Straße gesetzt. Dankenswerterweise durch Engagement auch des Finanzbürgermeisters und der Oberbürgermeisterin ist es dann zu einer Ausweichlösung gekommen, nämlich das Turnerheim. Da sind die Kaninchenzüchter über viele Jahrzehnte in einem Domizil gewesen, von heute auf morgen wegen der Aufkündigung der Nutzungsgenehmigung durch die Stadt auf die Straße gesetzt worden. Wir haben eine Übergangslösung geschaffen, nämlich im Turnerheim. Da trifft sich der Seniorenverein in Räumlichkeiten, die grenzwertig und gesundheitsbeeinträchtigend sind. Nässe, es ist gesagt worden, Nässe, Schwamm, Motor, zumindest partielle Ausweichlösung finden diese Senioren im Turnerheim. Produkte übrigens, Herr Juraschka, ich habe mal eins mitgebracht, weil Sie sich als Geschäftsführer Ihrer Tafel so gefreut haben, dass Sie etwas haben. Das sind Produkte, die entstehen für Sie. Das sind unsere Senioren, die für die Tafel stricken und häkeln. Vielleicht ist das auch, weil Sie ja gepostet haben, eine Sternstunde für den Geschäftsführer der Zwickauer Tafel. Ich wollte es nur an dem Rande sagen. Da gibt es einen Computerverein von Senioren, die haben einen Raum von acht Quadratmetern. Ich hätte weitere Beispiele nennen können. Unter anderem sind das einige Vereine, die wir in Kainsdorf haben. Alle Vereine, die wir in Kainsdorf haben, haben zugesichert, dass sie mit uns gemeinsam dieses Turnerheim wieder zu einem, der Begriff, ich nehme ihn trotzdem mal in den Mund, zu einem Zentrum entwickeln, zu einem kulturellen, sportlichen Zentrum entwickeln, haben das bekundet. Und zwar eindeutig, dass die heute noch nicht sagen können, wir ziehen am 23. Februar 2020 dort hinter, weil wir die Rahmenbedingungen noch nicht kennen, weil wir über das Betreiber- und Nutzungskonzept, was wir übrigens unzuständigerweise 2016 erarbeitet haben, bis heute nicht präzisieren und anpassen konnten, das liegt ohne Zweifel noch vor uns. Gelingt es uns nicht, das Verbands- und Vereinsleben sowohl in den Leitungsstrukturen als auch in der Folge in diesem Rahmen oder bei diesen Rahmenbedingungen wesentlich zu verbessern in den nächsten Jahren, dann prognostiziere ich, dass der soziale Frieden Schaden nehmen wird, dass in der Konsequenz auch soziale Milieus zusammenbrechen und ich will es nicht verhehlen und Sie verzeihen mir vielleicht, wenn ich den Bogen etwas zu weit spanne, aber auch die fragil gewordene Demokratie, darunter leiden wird. Das darf und kann keiner wollen und ich möchte Sie herzlich bitten, uns durch Ihr besonnenes und weitsichtiges politisches Handeln auch und insbesondere für diesen Teil unserer schönen Stadt, Frau Oberbürgermeisterin, nicht zuzulassen. Wenn ich Sie eingangs um eine auf Zukunft gerichtete und für die Menschen dieses Ortsteils ausgerichtete Entscheidung zur heutigen Beschlussvorlage gebeten habe, dann komme ich logischerweise auch nicht mit leeren Händen. Herr Will hat ja recht, was haben wir denn getan in diesem Tag oder in diesem Jahr? Die Bürgerschaft, die Firmen, das will ich auch an dieser Stelle sagen, die Firmen, die Vereine, die Verbände, nicht zuletzt der Ortschaftsrat, haben sich weiter intensiv mit der Sache befasst und eine ganze Reihe von Dingen getan. Ich will nur exemplarisch anführen. Mit dem Ziel, die Entwicklung dieses Hauses zu befördern, sind wir kurz vor der Gründung eines Fördervereins. Die Satzung ist geschrieben, die Gründungsmitglieder liegen namentlich vor, wir warten auf das Signal von heute Abend und können morgen damit in die Realität gehen. Es sind die Aktivitäten weiterverfolgt worden, das wunderbare Außengelände, zu dem heute noch nichts gesagt worden ist, mit den Sportständen lebendig zu halten. Das Fachamt, Sportamt, mit dem wir sehr eng in den letzten Monaten zusammengearbeitet haben, konnte in einer Expertise feststellen, ich darf zitieren, in den vergangenen Jahren wurde die Beleuchtungsanlage vollumfänglich auf den neuesten technischen Stand und das Spielfeld in einem einzigartigen Zustand gebracht. Es dürfte sich damit um eine der besten Rasenflächen im gesamten Stadtgebiet handeln. Ich glaube, das kann man doch nicht brach liegen lassen. Es bindt, es hat, Herr Bürgermeister, Sie dürfen Ihr Licht nicht unter den Schäffel stellen, es hat auch das Sportamt dort einiges getan, nicht nur der FSV. Es beginnt sich in Kainsdorf wieder eine Sport- und insbesondere wieder eine Fußballtradition, langsam aufzubauen. Die ersten Blüten haben getrieben und fangen langsam an, auch aufzubauen. Aktivitäten wie Migrantenfußball oder der Fußball mit jungen Menschen sind schon da beziehungsweise stehen in den Startlöchern. Und ich sage es ganz deutlich, all diejenigen Damen und Herren Stadträte, die sich für Sport und für junge Menschen einsetzen oder begeistern, sollten dieses Pflänzchen nicht wieder verwelken lassen. Dass das nicht nur für den Sport zutrifft, mag der Umstand beweisen, dass auch das Gymnasium, Clara-Wieg-Gymnasium in Oberplanitz nachgefragt hat, ob man nicht künftig für junge Menschen Sport- und Kulturmöglichkeiten etwa mit einem Bandraum oder mit einem Jugendclub einrichten könne. Im Ergebnis der bautechnischen Begutachtung ein nächster Aspekt und der damit aufgetretenen Veränderungen beziehungsweise zusätzlichen Aufwendungen, die Baubürgermeisterin hat dazu gesprochen, etwa Schleusensanierung, behindertengerechte Anforderungen, macht es sich logischerweise, das steht echt so, Herr Wöhl, in meinem Manuskript, auch die Nutzungs- und Betreiberkonzeption anzupassen. Diese für die ursprünglich geplante inhaltliche Arbeit ist das zwar schade, weil wir schon gerne das Gesamtkonzept, was wir damals uns ausgedacht hatten, umsetzen, aber das ist die Realität, wenn man ein Haus von 1928 vor der Brust hat. Die Adaptierung oder zur Adaptierung gibt es entsprechende Gedanken und Vorstellungen und wenn die Stadtverwaltung das will, im Übrigen ist es nicht Aufgabe des Ortschaftsrates ein solches Betreiber- und Nutzungskonzept allein zu entwickeln, sondern ich denke, das muss gemeinsam und im Schulterschluss mit den dafür Verantwortlichen geschehen. Sehr geehrte Damen Eingebracht worden ist, im Sinne des bürgerschaftlichen Engagements nicht zu konterkarieren. Bitte unterstützen Sie diese Beschlussverlage und bekunden Sie damit den politischen Willen, das Stadtteilzentrum wieder für die Bevölkerung der Region zu reaktivieren und honorieren Sie damit letzten Endes auch das herzblutende Engagement vieler Beteiligter in den letzten Monaten. Ich appelliere erneut an Sie, geben Sie der Bürgerschaft in Kallensdorf eine Chance. Ich glaube auch, das könnte nicht negativ sich auswirken, wenn wir mit Blick auf die Kommunalwahlen 2019 blicken. Der Ortschaftsrat hat einstimmig, das ist heute gesagt worden, einstimmig zugestimmt und zwar parteiübergreifend und ich glaube auch fest an das Wort derjenigen, die es öffentlich bekundet haben, dass es in Kainsdorf weitergeht und dass für die Kainsdorfer eine Perspektive geschaffen wird. Vielen Dank. Herr Heinzig. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, Mitglieder des Rates, der Vorhüter hat recht, man sollte sich immer gut zuhören, denn der andere könnte ja recht haben, wenn er irgendwas hat. Ich habe bei der engagierten Rede so gedacht, man sollte vielleicht mal einen Ortschaftsrat für Planets in Eggersbach installieren, damit da auch solche Zentren entstehen. Da gibt es das ja nicht. Aber jetzt mal zur Sache wieder, der Stadtrat hat mit knapper Mehrheit auf etwas dubiose Art und Weise hier 1,2 Millionen Euro beschlossen im Rahmen der Haushaltsdiskussion. Dazu stehen wir. Aber diese Vorlage passt nicht zu diesem Stadtratsbeschluss. Weil diese Vorlage sagt, mit den 1,2 Millionen, ich wiederhole, Herrn Mühl, die 130.000 erklärt, erledigt, mit den 1,2 Millionen ist es ja nicht getan. Damit ist diese Vorlage durch den Stadtratsbeschluss nicht gedeckt. Und deshalb reden wir heute wieder hier drüber und haben das im Bauausschuss nicht besprochen, sondern in den Stadtrats zurückverwiesen. ist nicht gedeckt. Und damit kann man ihr auch nicht zustimmen. Unabhängig davon, wie man zur Wichtigkeit dieses Objekts Donnerheim für die Kainsdorfer Bevölkerung steht, das hat der Ortsvorsteuer hier eindrucksvoll nachgewiesen und Herr Wörtscher hat sich ins Zeug gelegt, gar keine Widerrede. Aber dann muss man uns eine Vorlage vorlegen, die vom Stadtratsbeschluss gedeckt ist. Das ist aber nicht unsere Aufgabe, glaube ich. Und noch eine Sache, es geht primär darum, dass es keine Fördermittel gibt. Man könnte mit diesen 1,2 Millionen, daraus könnte man 2,4, 3,6 Millionen machen, mit entsprechenden Förderquoten und eine ganze Menge andere Investitionen in dieser Stadt auf die Wege bringen. Da fällt uns allen hier was ein, was mindestens genauso wichtig ist, wie vielleicht das Dornheim in Kainsdorf. Und deshalb waren wir damals dagegen und nicht, weil wir der Kainsdorfer Bevölkerung keine Begegnungsstätte oder wie immer man es jetzt nennen mag, gönnen. Und dann hat man eine Gesamtverantwortung für die ganze Stadt und gesagt, man kann aus diesen 1,2 Millionen mehr tun für die ganze Stadt, wenn man Fördermittel abwähren könnte. Das ist nicht gelungen, das ist hier mehrheitlich anders gesehen worden, das akzeptieren wir, aber dann bitte auch eine Vorlage bringen, die diesem Beschluss daher mehrheitlich gefasst worden ist, entspricht. Danke. Frau Teichert. Also Sie wissen ja, ich bin Kainsdorfer und in diesem Fall schlagen, zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe dem Ortschaftsrat der Vorlage zugestimmt, weil ich dachte, es ist eigentlich eine gute Sache. Dann bin ich aber auch Behindertenbeauftragte und bekomme die Bauzeichnung und alles vorgelegt, was für die Stadt gemacht wird und muss gucken, dass es auch barrierefrei ist. Und im Nachgang dieser Ortschaftsratssitzung habe ich mir die Bauzeichnung noch mal angesehen und habe festgestellt, dass wir eigentlich als Behindertenbüro eine ganz andere Vorlage begutachtet haben als die, die im Ortschaftsrat vorgelegt worden ist. Die Kellerräume, die dort saniert werden, sind in keinster Weise barrierefrei. Und aus diesem Grund würde ich an dieser Stelle meine Zusage oder mein Ja zur Vorlage zurückziehen, weil ich denke, wenn ich etwas mache, dann muss ich es richtig machen und dann muss es komplett barrierefrei sein. Und Herr Heinzig hat es gesagt, das Geld, diese 1,33 Millionen stehen nicht im Haushalt. Wir haben beschlossen, dass das Erdgeschoss gemacht wird. Wir haben beschlossen, dass die oberste Etage gemacht wird. Und mit dem, was jetzt passiert, sind Vereinsräume in Größenordnung, wie sie gewünscht werden, vom Professor Drexler und vielleicht auch vom Herrn Bötscher Zukunftsmusik, weil die entstehen nämlich nicht. Danke. Herr Torner. Ich bin eigentlich kein Fan von dem Tornerheim gewesen. Ich werde der Vorlage heute trotzdem zustimmen und ich möchte auch erklären, warum. Wir haben als Stadtrat einen Beschluss getroffen. Die Kainsdorfer verlassen sich auf diesen Beschluss. Ja, das so jetzt vorliegende entspricht nicht dem Beschluss, den wir getroffen haben, aber deswegen stimmen wir auch heute noch mal darüber ab. Wir werden heute als Stadtrat unsere Meinung kundtun und feststellen, ob wir das wollen oder wir das nicht wollen. Herr Wöhl hat sehr auf den ökonomischen Aspekt betrachtet. Das wundert mich jetzt doch etwas. Gerade die Linksfraktion ist ja eigentlich eher für Anträge bekannt, die sich mehr um die Menschen als um die Finanzen kümmert. Ich wundert mich, dass was es zukünftig kosten wird. Sie wissen nicht, wie viel Geld der Herr Mayer zur Verfügung stellen soll. Sie wissen nicht, wann das Geld benötigt werden soll. Sie wollten Antworten von ihm haben, von denen sie wissen, dass es die gar nicht geben kann. Also war das eine Scheinfrage, wie sie ihre Zustimmung geben können. Ich bin etwas verwundert, weil dieses Turnerheim soll etwas sein, was regionale Identität für einen Stadtteil geben soll, den wir eingemeindet haben. Wir versuchen weiterhin auch andere Gemeinden dazu zu bewegen, einzugemeinden. Auf der anderen Seite zeigen wir aber, wenn ihr bei uns seid, seid ihr uns nicht mehr so viel wert. Es tut mir leid, Herr Heizek, aber eigentlich dachte ich immer, die AfD versucht, eine regionale Identität zu stärken. Das wäre eine Gelegenheit. Herr Müller. Ja, mein Vorredner hat eigentlich schon das gesagt, was ich sehr gut finde. Der Dr. Drechsel hat sich unheimlich viel Mühe gegeben. Und ich habe heute ein paar Sätze gehört, die tun dem Gemeinwesen Zwickau nicht gut. Es ist heute oft schon von der Ehe gesprochen worden, auch sehr lustig, das ist ja auch so ähnlich. Die Keinsdorfer sind damals überredet worden, kommt zu uns, weil die Stadt Zwickau es brauchte, dass mit Halbherzigkeit des Stadtrates, das gestatten Sie mir mal aus dieser Zeit damals, man nicht genug um die Kreisfreiheit gekämpft hat, die uns inzwischen zu großen Nachteilen kommt. Das mag dahingestellt sein. Aber wir wollten die Keinsdorfer und wenn ich eine Frau heirate, ich die Ehe eingehe, dann muss sie auch ein paar Kleider und wer die maroden Gebäude kennt, der wird auch verstehen, dass Geld in die Hand genommen wird, das wird hier gern so gesagt. Deswegen habe ich Ortschaften am Rande aus. Danke sehr. Herr Gruß. Ich würde mal darum bitten, dass wir die Kirche im Dorf lassen. Der Heinz sagt, er akzeptiert den Beschluss. Ich sehe im Gegensatz zu dem hier aufgeführten keinen wirklichen grundlegenden Widerspruch. Was uns hier vorliegt, entspricht dem Beschluss. Es ist mehrfach aufgeführt, dass es sich hier um einen geschlossenen Bauabschnitt handelt, der also in sich nutzbar ist, ohne dass man jetzt in irgendeiner Weise hier einen zweiten Abschnitt zwingend nachschieben muss. Der Saal und die Gaststätte sind ebenso nutzbar. Natürlich klingt ein erster Abschnitt erwartungsvoll für die Zukunft. Aber es ist doch wohl, es darf doch nicht wahr, es kann doch wohl nicht sein, dass man nicht über Visionen und Zukunftschancen sich auch hier äußert. Und ich weiß nicht, wo hier das wirkliche Problem liegt. ist ein bisschen Angst machen und es wird eine Chance genutzt, das ganze Ding doch noch mal umzudrehen. Aber das ist nicht demokratisch. Wir haben diesen Beschluss gefasst und das, was hier drin steht, ist die Umsetzung dieses Beschlusses. Und alles andere, wenn man sich überlegt, dass man 2020 hier erst fertig wird, was ich auch bedauerlich finde, aber es ist nun mal heute so, dann reden wir vielleicht von einer Visionsumsetzung 2022, 2023 und dann reden wir sowieso von anderen Baupreisen, von anderen Inhalten, von vielleicht ganz anderen Förderprogrammen, Zielsetzungen. Aber jetzt zu warten mit den Maßnahmen, dann bricht uns die ganze Bude dort zusammen, das ist Punkt eins, und zum Zweiten bezahlen wir dann mindestens ein Drittel mehr für dieselben Maßnahmen. Wir haben das beschlossen und wir sollten das umsetzen. Und im Übrigen, Herr Hinsich, haben wir in Blahnitz ein schönes Stadtteilzentrum, wo wir auch was dafür getan haben. Wir haben ein Förderprogramm für den Oberblahnitzer Markt auf den Weg gebracht. Und Eckersbach hat ja auch ein Stadion. Von daher ist doch alles gut. Frau Brückner. Ja, ich möchte noch mal darauf eingehen, dass ich es nicht so sehe, dass es die gleiche Vorlage ist. Und ich warne auch davor, dass man einfach sagt, weil uns das jetzt genehmer ist, von unseren Vorstellungen her, dann sagen wir einfach es inhaltlich das Gleiche. Ich sage, da muss man schon dann ehrlich sein und sagen, das und das ist geplant, in der und der Summe und so weiter und das steht ja nicht hier. Und was anderes möchte ich noch sagen. Es wundert mich bei Dr. Schick, wo er auch immer eigentlich genau wissen will, wie das läuft, dass er sagt, wir machen mal, ohne zu sagen, wo es hingeht, wo das Ganze hinläuft. Wenn hier steht, es ist der erste Bauabschnitt, wer erklärt dann, dass damit die ganze Sache zu Ende ist. Und bei aller Emotionalität, was dort auch passiert, ich sage, wenn wir eine Vorlage haben, auf die wir uns geeinigt haben, können wir nicht einfach in Hand um Tränen irgendetwas anderes dann beschließen und etwas anderes angehen. Dann wären wir beliebig und dann sind wir im Prinzip bei jeder Sache können wir im Nachhinein noch auf dem Weg die Richtung ändern. Ich finde, das geht so nicht. Und ich sage, bei aller Emotionalität und bei allem, was Tolles geleistet wird, müssen wir uns trotzdem an unsere eigenen Beschlüsse halten. Und das ist mir wichtig oder uns wichtig. Ich habe jetzt noch auf der Rednerliste, weil ich sehe, es ist immer Unmut, weil diejenigen nicht drankommen, aber ich gehe der Reihenfolge nach. Den Herrn Wühl, den Herrn Schick, den Herrn Itzeck, die Frau Arndt, den Herrn Luther, den Herrn Rockstroh und jetzt den Herrn Binderner und den Herrn Reichel. Herr Wühl. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Also, Professor Drexler sagte ja, Problem Vereinsförderung, also ich muss mal so sagen, die Vereinsförderung in Zwickau steht im sächsischen Vergleich schon ganz oben und damit auch mit den Keinsdorfer Vereinen. Ich möchte erinnern an das Begegnungszentrum in Marienthal, wo der Betreiberverein die Kosten nicht mehr tragen konnte. Der Unterschied, das war ein gemietetes Objekt. Hier sollen wir jetzt Millionen investieren und das auch noch ohne zu wissen, wie hoch denn überhaupt die Betreiberkosten sein werden. Herr Dr. Schick, Herr Also es werden wieder mal alle Argumente gezogen, wie sie gerade gebraucht werden. Ich meine, man versteckt sich jetzt hinter fehlenden Fördermitteln. Wir werden uns demnächst wieder mit einem Antrag der Linken beschäftigen müssen, wo Eigenmittel in Basis freiwilliger Leistung gezahlt werden. Da fragt kein Mensch nach Fördermitteln. Da ist alles aus Eigenmitteln da. Da wird konsumiert, da wird Geld ausgegeben, wiederholt Geld ausgegeben. Wenn wir nur mit Fördermitteln bauen würden, dann hätten wir beispielsweise das Schwimmbad in Zwickau nicht. Ich bin stolz und froh, dass wir das damals beschlossen haben, das auch ohne Fördermittel zu bauen. Es ist da, es wird genutzt. Wenn ich mich nur auf Fördermittel verlasse, entscheiden andere, was in der Stadt Zwickau wichtig ist, nämlich die, die die Fördermittel geben. Das wollen wir uns doch nicht sagen lassen. Es wird doch auch in so einer großen Stadt Probleme geben, die man politisch will, wo man dazu steht und wo es eben mal keine Fördermittel gibt, weil wir was wollen zu einem Zeitpunkt, wo es eben gerade kein Förderprogramm gibt. Ich habe mir auch mal eine Heizung einbauen lassen, da gab es gerade keine Fördermittel. Die gab es davor, die gab es danach. Wo ich sie eingebaut habe, wo ich sie gebaut habe, gab es gerade keine. Ich glaube, ich hätte zwei Winter gefroren, bloß weil ich warte, bis wieder ein Fördermittelprogramm kommt. Ich möchte nicht, dass andere für uns entscheiden. Und jetzt kommt es mit der schon wieder suggerierten Kostenerhöhung. Ich kann mich erinnern, in der letzten Stadtratssitzung hatten wir ein Projekt der Stadt, das war die Spracheischule Anne Frank, die alle wollten. Mittlerweile haben wir eine Kostenerhöhung beschlossen, haben wir noch nicht mal mit Bauen angefangen. Da hat sich eine Größenordnung Kostenerhöhung ergeben, durch Planungsfortschritte, durch Förderung und Wünsche von Hinz und Kunz. Wir haben es heute schon gesagt, mit Recht haben die Behindertenvertreter auch wieder ein Mitspracherecht. Das heißt, wenn man richtig in die Planung einsteigt, dann ergeben sich erst die Wünsche und dann kommen von allen Seiten welche, die sagen, das müsst ihr beachten, das müsst ihr machen, dies und jenes. Und dann wird es auch das eine oder andere mal teurer werden. Aber deshalb zu sagen, wir warten, bis wir es durch haben. Wenn gut, hätten sie es in Berlin gemacht, hätten wir den BER nicht dort stehen, wenn sie vorher darüber nachgedacht hätten. Die holen sie jetzt nicht mehr ein. Aber das sind doch nur Sachen hier, steckt doch viel mehr dahinter, wo wir helfen können, wo wir andere motivieren können, als das schon wieder mit allen in Frage zu stellen. Ich werde Sie bei passender Gelegenheit an anderer Stelle mal daran erinnern, wenn wir wieder was haben, was gerade Ihnen genehm ist, wo es dann nicht auf den Euro ankommt und wo auch keiner nach Förderung fragt, wo man sagt, das können wir voll aus Eigenmitteln gehen. Klar ist es schön, wenn man Eigenmittel, die man hat, mit Fördermitteln veredeln kann, bin ich immer dafür. Aber es muss dann auch passen. Ich kann nicht bloß eine Förderrichtlinie in Anspruch nehmen, weil sie gerade da ist, aber ich brauche das gar nicht, sondern ich kann mich aber auch nicht nur voll von Fördermitteln abhängig machen. Das ist nun mal so. Also ich werbe noch mal eindeutig dafür, das zu bauen. Aus meiner Sicht ist das bis jetzt noch keine Verletzung des Grundsatzbeschlusses, den wir haben. Aber es gibt eben einen Grundsatzbeschluss. Und den jetzt wieder in Frage zu stellen, indem man in einem Zwischenschritt schon mal wieder ausweicht, das halte ich auch für politisch völlig unkorrekt. Vielleicht mal eine kurze Zwischenbemerkung, weil es ja immer wieder darum geht, was hat der Stadtrat beschlossen, und was legt die Verwaltung jetzt vor. Der Widerspruch aus meiner Sicht ist, also ich habe ja auch die Vorlage unterschrieben und dazu stehe ich auch, aber der Widerspruch zum Grundsatzbeschluss und dem, was heute vorliegt, ist, dass die Stadträte, die damals das beschlossen haben, davon ausgegangen sind, dass mit 1,2 Millionen das Stadtteilzentrum in Kainsdorf umfänglich realisiert werden kann. Und das haben wir Ihnen mit dieser Vorlage jetzt mitgeteilt, dass das mit 1,2 Millionen nicht zu machen ist. Es sind aber sinnvolle Sanierungen, die jetzt vorgeschlagen werden und Dinge, die nicht mit angegriffen werden, können ja trotzdem genutzt werden. Also, und ich denke, das hat der Professor Drechsler auch rübergebracht und es gefällt ihm sicherlich nicht, dass man da mit den 1,2 Millionen nicht alles machen kann. Die Vorstellung, die Ziele waren andere, aber mit dem Geld, was beschlossen wurde, ist das nicht zu machen. Und was jetzt mit den 1,2 Millionen, die Sie beschlossen haben, im Haushalt steht, dass das zu machen, was wir Ihnen heute vorschlagen, ob das nun jetzt erster Bauabschnitt heißt oder Sanierung im Turnerheim. Also, so weit wollen wir uns jetzt auch nicht hinauslehnen, ob nicht irgendwann mal in sieben, acht Jahren jemand sagt, jetzt haben wir den ersten Bauabschnitt fertig, jetzt machen wir, also der ist ja hoffentlich dann schon fertig, der erste ist fertig und jetzt fangen wir mal im zweiten noch an. Aber es ist mit diesen 1,2 Millionen das Turnerheim insgesamt nicht zu sanieren. Und da sollten wir uns auch ehrlich ins Gesicht gucken, weil das heute viel eine Rolle gespielt hat, dass das damals sicherlich unter einer anderen voraussicht beschlossen wurde, dass das Geld reicht, aber das reicht eben dafür nicht. Aber es wird etwas Sinnvolles vorgeschlagen, was Ihnen heute hier vorliegt. Herr Elzeck. Vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin. Und das ist auch so ein Kern des Themas, weil das ist Politik und anscheinend ist das die Politik der CDU. Sie sagten jetzt gerade, ob das der erste Bauabschnitt ist oder irgendwann mal noch sonst was. Ich glaube, alle sitzen wir hier miteinander und da geht es jetzt bitte nicht um die Kainsdorfer und insbesondere dort den Sport, die Vereine, noch Sonstiges. Aber verantwortungsbewusst und nachhaltig sollten wir mit den Mitteln unserer Stadtbevölkerung umgehen. Und vorhin hörte ich gerade vom Dr. Schick der BHR in Berlin, vielleicht war gerade das das Ziel, eben die Zahlen nicht offen zu legen in Gänze, weil wenn dort damals gestanden hätte, drei Millionen ohne Fördermittel, glaubt ihr dann alle miteinander, dass es Zustimmung aus den Reihen der CDU, so wie es es jetzt propagandiert gegeben hätte, mitnichten. Weil doch die CDU das, glaube ich, ist, die immer für einen ausgeglichenen Haushalt angetreten ist und gesagt haben, wir müssen auf unsere Gelder achten. Und Herr Donner, jede Stadtratssitzung wieder kleine Belehrung. Scheinfrage an den Oberbürgermeister, sie konnten sich selber nicht beantworten, weil es unklar ist. Sehr klar wurde beantragt oder beantwortet vom Herrn Oberbürgermeister, die Hoheit, Entschuldigung, vom Herrn Finanzbürgermeister, die Hoheit des Haushaltes liegt beim Rat. Ja, wir können doch gleich noch einen zweiten Bauabschnitt mit beschließen. Dann lasst uns doch mal ehrlich sein. Jetzt nehmen wir mal drei Millionen aus der Kanne raus und dann setzen wir die für das Donnerheim ein und dann sind wir doch alle gewaschen und gekämmt. Und dann habe ich doch nur gefragt, wie sieht es denn aus, was streichen wir denn dann alles? Dann steht doch auch zu, das zu sagen. Und das tut er nicht und das ist heuchlerisch. Und Herr Kroos, es ist sehr wohl ein Unterschied, ob es einen Grundsatzbeschluss gibt über 1,2 Millionen oder ob es dann einen Beschluss gibt, das liest sich schon im Antragskontext anders, erster Bauabschnitt. Oder gehen Sie mit mir konform, das mal jetzt so streichen in Ihrem Antrag, erster Bauabschnitt, dann würde ich mich zumindest mal enthalten heute. Vielen Dank. Herr Amt, Frau Amt. Ich war jetzt bei Herrn Kroos und habe schon die Frau Amt aufgerufen. Frau Amt. Alles gut, kann schon mal passieren. Also ich wollte auch nochmal das Thema Fördermittel hier aufrufen, beziehungsweise was die Hoheit dieses Stadtrates ist. Es geht doch darum, dass wir uns überlegen und darüber entscheiden, wo an welcher Stelle wir in unserer Stadt was tun wollen für die Bürger. Und nun gibt es nun mal ein starkes Bestreben, durch, auch dort sehr vorangetrieben, den Herrn Drexler sich dort einzusetzen, dieses Turnerheim zu sanieren, um vielen Vereinen die Möglichkeit gegeben, die Vereinsarbeit für die Zukunft gut aufzustellen. Der Darlegung kann ich folgen und ich glaube nicht, dass mir dort etwas vorgemacht wird, was gegebenenfalls so in der Zukunft nicht eintritt. Also für mich ist das schon ein Projekt, an das ich glaube und was ich absolut unterstützenswert finde, weil dort sehr viel ehrenamtliche Tätigkeit verrichtet wird, weil dort sehr viel Vereinsarbeit gemacht wird. Das ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben, nicht nur in Kainsdorf, sondern auch für die Region. Und nun steht das Turnerheim nun mal in Kainsdorf und nicht im Stadtzentrum. Und dort ist halt zufällig gerade kein Fördergebiet. Deswegen kann man doch trotzdem dort etwas tun, wenn man das wichtig findet. Wir haben ein Stadion gebaut ohne Fördermittel. Das war deutlich teurer. Wir haben uns für ein kostenloses Kindergartenjahr entschieden. Das kostet die Stadt jedes Jahr eine Million Euro. Und da habe ich auch noch nicht gesehen, dass wir das durch das Land gegenfinanziert bekommen, so wie es gegebenenfalls in Aussicht gestellt wurde. Und das sind Kosten, die kommen jedes Jahr. Das sind in zehn Jahren auch zehn Millionen Euro. Insofern kann ich dort nur unterstützen und sagen, dass das Turnerheim in Kainsdorf sicherlich Geld kostet. Ja, aber das gibt, alles kostet etwas. Und an der Stelle finde ich es aber richtig, das zu tun, weil es dort eine gesunde Gesellschaft unterstützt, am Leben hält und für viele Menschen eben wichtig ist. Und wenn Senioren sich in verschimmelten Räumen treffen müssen, weiß ich nicht. Das geht vielleicht noch zwei, drei Jahre gut, dann werden die auch auf die Straße gesetzt. Und jeder, der in einem Verein aktiv ist, weiß, wie schwierig das manchmal ist, nur einen Raum zu haben, wo man sich mal trifft, ohne dass man in eine Kneipe gehen muss. Und insofern ist das einfach etwas, was vielleicht für viele eine richtige Unterstützung ist, um eben diese Tätigkeiten auszuüben. Vielen Dank. Frau Bürgermeisterin Köhler. Ja, persönlich gibt es mir sehr zu denken, dass Professor Drexler an alle Fraktionen des Stadtrates seit über zwei Jahren zu Stadtteilfesten, zuletzt war das Oktoberfest, Einladungen versendet. Nahezu alle Fraktionen nehmen teil. Es wird auch zum Ausdruck gebracht, dass man das alles gut findet. Und man ist gerne Gast in Kainsdorf. Man ist aber nicht nur gerne Gast, sondern wenn man einer Einladung nachkommt, lernt man auch und sieht jedes Mal wieder die örtlichen Gegebenheiten. Und auch die, die es heute kritisch sehen und genau hier ansetzen an der Überschrift der Vorlage, sie wissen doch, dass die Seele, die sich anschließen zum Beispiel, also könnten jetzt größere Veranstaltungsflächen werden, die waren doch im Oktober genauso nutzbar, wie die jetzt im Januar und Februar sind. Es ist doch nicht eine abgeschlossene, ich will es mal als Enklave bezeichnen, und dann geht es nicht weiter. Es sind doch die umliegenden Räumlichkeiten auch nutzbar. Und deswegen habe ich es doch jetzt auch gesagt, es ist eine in sich sinnvolle Baumaßnahme, die geprüft wurde, ob es, wie ich es eingangs gesagt habe, ob das keine Kosten verursacht werden, die zum Fenster rausgeschmissen werden, die danach keinen Sinn mehr ergeben, die auch, wenn alles so bliebe, ihren Sinn haben müssen. So wird es doch geprüft. Wir haben dem Objektplaner keine Variantenuntersuchung machen lassen und anfertigen lassen für meine Schublade, wo steht Phase 2 und 3. Und wir haben den Stadtratsbeschluss umgesetzt, die Sanierung des Tornerheimes Kainsdor für 1,2 Millionen. Und das kann ich Ihnen anbieten und möchte noch mal bei der Diskussion auch darauf verweisen, Sie kennen doch die Örtlichkeiten und Sie kennen doch auch das, was jetzt nutzbar ist, was auch danach, was heute Abend nutzbar ist und nächste Woche nutzbar ist und unabhängig davon, ob in die Seele eingegriffen wird. Die Vereine, die Professor Drexler bezeichnet hat, die haben doch gerade zu seinem Oktoberfest diese Seele genutzt. Die sind doch da und das würde ich bitten, dass Sie das auch mit sehen, dass es doch jetzt schon auch eine Einheit ist. Herr Luther. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.